hallo und ein herzliches willkommen zurück meine lieben freunde zum ersten giveaway für heute von mir meine lieben ihr wisst ihr mein ja kurzer zeit auf der gamescourt 2015 und haben nur dezent nur ein tag fast jeden tag auf der gamescourt 2015 und haben auch ein paar sachen bekommen von den ganzen ausstellern und heute fängt das erste gewinn die ersten sachen die ihr gewinnen könnt und das sind die beta keys die ihr kriegen könnt ihr seid heiß drauf gibt es zu ihr seid geile sache danke an den video dass sie uns die beta keys zur folge gestellt haben danke danke bei uns gibt es heute sechs beta keys zu gewinnen drei für rambo 6 für den pc natürlich ha 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 habt ihr gedachten ja die könnte gewinnen drei stück an der zahl und drei black ops 3 beta keys für die playstation 4 ganz geil naja und wir hauen jetzt nach raus und ganz einfach was dafür tun müsst es einfach unsere zwei videos liken es kommt genau das video bei ihr auf dem kanal bei mir auf dem kanal genau das müsst ihr liken kommentieren und deshalb bei beiden videos natürlich und unterscheiden dass sie teilnehmen möchte und natürlich in den kommentaren schreiben was ihr wollt lieber rainbow six siege wenn ihr pc spieler seid für pc und black ops 3 ist für die playstation 4 weil für die die keine playstation 4 haben bringt das natürlich nichts deswegen schreibt und nein was ihr haben wollt mpc oder playstation 4 dass ihr auch gerne zocken wollt und ja die keys gelten ab dem wir machen deswegen eben jetzt die gewinnen schon wegen rainbow six startet am 24 neunten mit der beta und am siebten zehnten wenn sie es nicht wieder verschieben startet sondern ins öffentliche also habt ihr dann wenigstens paar tage zeit es zu testen und bei black ops startet am neunzehnten achten sprich wir starten jetzt mit den giveaways mit den keys und enden mit denen mit dem giveaway am 18.8 sprich da kommt die auflösung solltet ihr auch auf jeden fall dann auf unsere kanäle dann auch schauen denn wir werden es auf youtube höchstwahrscheinlich dann veröffentlichen wer gewonnen hat und denjenigen dann selber direkt anschreiben und den key dann zusenden ihr bekommt dieses dieses flyer zettel papierzeugs nicht sondern wir schicken euch einfach bloß die key damit ihr den auch wirklich bis zum nächsten tag habt damit ihr es auch zocken könnt deswegen schreibt unten rein macht mit wenn ihr bock habt auf black ops 3 oder auf rambo 6 siege macht mit kein thema einfach unterschreiben kommentieren liken und ihr seid bald dabei natürlich macht einfach mit ihr habt sicher bock auf black ops 3 ist ja bald schon der start und rambo 6 siege auf ein gutes spiel viele kennt es vielleicht nicht aber es ist ein neues spiel auf jeden fall gut dann würde ich sagen das war es danke an ein video für die beta keys und die nächsten giveaways startet dann die nächsten wochen wir haben ungefähr für sechs wochen noch giveaways jede menge bundles jede menge t-shirts jede menge zeug da gibt es dann giveaways für jeweils 3 bis 4 jeweils also dann jede menge stuff also für die nächsten circa sieben wochen sind wir auf jeden fall mit giveaways versorgt und es kommt jede woche sollten haben wir zumindest vor ein neues giveaway rauszuhauen natürlich immer darauf an wie es halt zeitlich hinhaut und so weiter aber ich würde dann erstmal sagen dankeschön und danke an dem video wir sehen uns bis zum nächsten mal ciao wir sehen uns bis zum nächsten mal Vielen Dank.